Hey, mal wieder Freizeitpark. Ist glaube ich schon etwas länger her, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Sage. Da ist aber jemand ungeduldig. Fordert schon den Ausschmiss des Langladers. War er das vielleicht selbst? Oh, der kennt dich wer? Ne, das sind die aus der vorgegen Runde. Achso. Die sind jetzt im Gegner-Team. Drei Stück. Die zwei Optik-Typen und der... Der Firehawk. Den erkenne ich auch wieder. Die anderen beiden nicht. Ja, das waren auch die mit dem Firehawk. Die ich da die ganze Zeit hin und her geschrieben habe mit dem aus dem Gegner-Team. Ist auch lustig, wie Ubisoft das handhabt. Gerade eben noch Freund und dann die Eichten darunter darauf Feind. Das ist gar nicht mal so selten. Ich fahre hier rum und sehe einfach gar nichts von der Halt. Hände, Hände. Ich habe die eben nicht da, ist die Treppe. Ich habe auch eine gefunden. In 10 Sekunden ist Einsatz. Kamerafrau haben sie. Einsatz in 5 Sekunden. Was waren die hier? Ah, die spielen da mit dem Schild rum. Bei denen musst du aufpassen. Wir haben da ein Schild in die Ecke gestellt. Und da zu drüber gesprungen. Mal gucken, wie es mit denn läuft. Geisel in Sicht. Na, jetzt bin ich reingefahren. Was kann man da sehen? Nichts. Cool. Was kann man da sehen? Hm. Boden. Boden. Ah, ich glaube, da hast du was gefunden. Aua, kommt was rein. Sucht in die Tür. Ja da. Den hast du auch bei dir. Of course. One unterwegs. Scheiße. Mann. Wieso? Ich hasse solche Typen, Alter. Eigener Druck neutralisiert. Da sind sie so dritt. Scheiße, Mann. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. 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 Der war jetzt auf der Treppe. Nein. Vor allem ja, er schießt nach oben. Genau. Die Gegner haben die Geisel. Ich glaube, die haben die Geisel. Nur noch ein Gegner übrig. Magazinwechsel. Die Geisel muss gesichert werden. 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 Manchmal zählt er das auch so mit. Die Geisel muss gesichert werden. Bring es um. Bring es um. Ins Öhrchen geschossen. Nee. Wir müssen jetzt ganz ruhig sein. Vielleicht töten wir uns nicht. Sorry. Alles gut bei euch. Wenn dir Mitspieler und Gegenspieler lieb sind, ja. Also, ich bin weg. Ciao. Dann viel Spaß dabei. User left your channel. Furchtbar. Wer war das? Warst du das? Hm? Wer war das? Simon. Den haben wir auch schon gespielt. Hm. Ah, nebenan. Links von mir. Also im Westen. Da unten, genau. Von mir aus gesehen, Westen. Wenn man weit genug nach Westen fährt, aus meiner Position, sind sie irgendwann wieder im... im Osten. Ich wollte Süden sagen. Oh, oh. Oh, oh. Da ist ein Fuß. Hat sie wahrscheinlich mit ihrem Schnürsenkel gesehen, dass du da hockst. Die Kamera, Frau. Die Kamera ist schon kaputt, wie im Titsch. Hm. Hier gehe ich ungern rein. Wo seid denn die anderen? Ach, alle noch beim Spawn. Bist du auch noch hier? Ich bin schon in der Hauswand. Ach, der müsste der Spawn nicht da vorne, du. Warte, ich guck mal. Da ist ja ein Schild davor. Kannst du bitte mal eine Granate reinschmeißen? Ich hätte auch springen sollen. Ich hätte auch springen sollen. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Ah, ist ein Störsender wieder in der Nähe. Der Roman sich ist sauber. Ah, ich bin mit dem Störsender gefahren. Ich hüpfe mal rein. Achtung. Ah, ich treffe nicht. Hä? Kamerafrau ist tot. Ich guck mal weiter Richtung Klo. Ja, ach, da hinten steht. Gibt's doch wieder nicht, ey. Steht links im Raum hinter diesen... Pass auf, da sind Gummien um die Geise, um so ein bisschen... Au! Das doch noch. Geht doch nicht einfach rein. Hätte die aber auch nicht wegbekommen. Außer ich hätte sehr genau gesucht. Ja, Twitch bewegt sich da. Ja, aber ich hab dir gesagt, der steht da links hinten. Hätte aber auch nicht so weit reingehen sollen. Nicht so weit weiter. Was rennt der am Fenster rum? Ne? Das war echt, ey. Der muss Lesion ja noch in der Nähe sein. Vielleicht auch noch in dem Raum ganz knapp drin. Der schreit einen Schrei durch das Räumchen. Hey, Twitch, 30 Sekunden noch. Au. Na, das wird bestimmt nix. Wieder da. Oh. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Wo war er hin? Hä? Wo ist denn jetzt? Da? Ach, Mann. Na, da oben, sei ja. Er ist dann rumgerannt. Er musste halt Fanger spielen bei den letzten Sekunden. Ach, Kacke. Ach, wer hat, wieso? Ich hab keinen weg. Dann sehen die mal, dass man, dass einer da reingerannt ist und schon nehmen sie den. Arschlöcher. Ja. Arschlöcher. Nee, Aga heißt der Aga. Aga-Loch. Heute ist Will Smith-Abend auf ProSieben. Zwei Filme hinter dem. Independence Day und... Ähm, Hancock. Egal, Hancock und I-Boward. Ach so. Gut. Kennst du nix. Doch, doch. Alle gesehen. Die beiden. Jetzt find ich hier keine Treppe. Ich weiß hier, wo eine Lucke ist, weil ich sie gesehen habe. Ich find keine Treppe. Ich treff die Kameran. Willst du denn mit einer Treppe? Hab's da. Willst du denn mit einer Treppe? Lucken zu machen. So, find ich die Lucke jetzt wieder? Bitte Lucke mal Kim, wenn sie siehst. Über uns. Ich find's denn nicht mehr. Hier. Da ist er. Ja. Ist noch einer irgendwo? Siehst du einer? Der Boden ist gesichert. Kameraübertragung läuft. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geistung. Oh, nice. Nicht in der Explosion. Nee, die ist soweit weg. Nee, da komm ich runter. Oh, neun Lebenspunkte weniger. Unfair. Das ist aber ein cooler Raum. Was ist das für ein cooler Durchgang? Oh, oh. Ich hab' mir geschossen. Da sind sie. Ach komm, markier doch beide. Schwarzbad ist auch dabei. Das war eine Fliedermauze. Ja, das sieht gut aus. Das ist heute ein Verschleiß an Rotpunkten. Da ist Virus Rot markiert. Ton entdeckt. Alle so weit weg? Nein, ich wurde entdeckt. Die Kamera da vorne. Letzter verbleibender Gegner. Arm of use. Ich bin jetzt auf dem Trockenen. Klebe die Mine fest. Die Spritze ist aufgezogen. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Oh, und der Kerzenschein. Süß. Romantik. Süß. 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 ich bin der allerwichtigste spieler auf ja ohne mich wird er eben ein anderes letzter sein ist aber ein komischer raum twitch drone habe ich wenn die blöde kuhl immer weg gehen würde meine flesse noch fünf sekunden achtung die gegner haben sichtkontakt zugehalten nach mann und luke geht schon auf mann mann gibts doch nicht ich fasse es nicht schmeiß die doch mal vorher immer hinterher was was nein nein ja siehste er kriegt das wieder mit dem schild also die niederlage erwornt mich war es einfach die typen waren die in der letzten partie so viel zeit zum roman schreiben hatten hätte ich sehr gerne gewonnen na gut dann bis zum nächsten mal macht's gut und tschau tschüss ja das